So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO. Eine kleine Infofolge. Eigentlich bin ich gerade am Schneiden von der goldenen Meile mit Dolepie und Marek niemals. Jetzt habe ich gesehen, die Abenteuerwoche wird schon angekündigt. Obwohl ja eigentlich erst mal Kyogre kommt und dann erst Groudon kommt. Und mit dem Groudon ja auch Aerodactyl als Mega Raid angekündigt war. Und wir wussten, dass die Abenteuerwoche kommt. Und haben wir jetzt trotzdem schon Infos zum Event. Und ich glaube, die Abenteuerwoche wird einfach mega krass. Wird richtig heftig. Schon alleine, wenn ich dieses Bild hier sehe. Mit zwei komplett neuen Pokémon, die mir wieder mal gar nichts sagen. Ich keine Ahnung von nix habe. Und hier hinten sogar ein Icognito auftaucht auf diesem Bild. Trainer! Seid ihr bereit für ein neues Abenteuer? Felsige Klippen, Ausgrabungsstätten. Die diesjährige Abenteuerwoche führt euch nach draußen. Wo euch eine Vielfalt an beliebten Gesteins- und Fossil-Pokémon erwartet. Noch besser! Ihr könnt eine Ultra-Version dieses Events mit zusätzlichen Boni freischalten. Wenn ihr beim Go-Fest als Community zusammenarbeitet, könnt ihr diesem Event ein lohnenswertes Upgrade verpassen. Sowas haben wir theoretisch auch noch nicht gehabt. Dass man ein Event kriegt und das Event, was man eh kriegt, noch mal verbessert. Also Ultra-Bonus gab es ja schon immer. Der sich komplett auswirkt dann nach dem Go-Fest und den ganzen anderen Sachen. Aber ein Event noch mal zu verbessern. Pokémon-Debüts! Vor allem schreibt euch die Zeit auf. Ihr seht das ja hier. Dienstag, der 7. Juni bis Sonntag, der 12. Juni. Das ist die Abenteuerwoche. Ab morgen, wir wissen ja, ab morgen, dem 1.6. kommt Kyogre in die Raids ab 10 Uhr. Also ab 11 Uhr könnt ihr das dann raiden. Am Mittwoch kommt es rein bis Dienstag. Und Dienstag, 10 Uhr, wechselt das dann auf Graudon. Ab 11 Uhr kann man dann Graudon raiden am Dienstag. Da startet die Abenteuerwoche, also 7. Juni, 10 Uhr bis Sonntag, 12. Juni, 20 Uhr. Pokémon-Debüts! Neu in Pokémon Go, Balgoras und Amarino aus Feldforschungen und Eiern. Leider nicht wild, leider nicht in Raids. Hätte ich beides gefeiert, wild. Hätte ich in Raids sogar noch mehr gefeiert. Eier und dann auch noch in 7km Eiern. Ich habe so gut wie nie 7km Eier, weil bei mir passt der Zeitpunkt einfach nicht. Entweder habe ich dann schon alle Geschenke aufgemacht und habe keinen Eierplatz oder ich habe Eierplatz und keine Geschenke mehr. Finde ich also, naja, aber die werden ja hoffentlich nicht immer in Eiern bleiben. Die zwei kommen also komplett neu rein. Was gibt es aber für wilde Pokémon? Das habt ihr hier in dieser Übersicht. Und da würde euch gleich auch noch was auffallen. Wilde Pokémon, die folgenden Pokémon erscheinen in der Wildnis. Rihorn, Amonitas, Kabuto, Lavitar, Stolunior, Lilieb, Anorith, Cognodon, Schilderus. Alle in Shiny verfügbar. Alle coole Pokémon. Vor allem Rihonior sehr stark, sehr nützlich. Cognodon, Rameidon, Bester, Gesteinsangreifer, Lavitar, Despodar und so weiter. Auch richtig fettes, heftiges Pokémon. Mit etwas Glück begegnet ihr sogar Georock, Aerodaktyl und Pupitar. Also schon eine Entwicklung von Lavitar. Und Aerodaktyl wäre für mich wichtig. Ich brauche nämlich noch unbedingt XL-Bonbons von Aerodaktyl, dass ich meinen Mega 100% auf Level 50 irgendwann mal pushen kann. Und natürlich auch hier als Shiny verfügbar. Die Gesteinswoche, die Abenteuerwoche, Abenteuerwoche, hat bis jetzt also eigentlich immer die krassesten, besten Pokémon parat, was die Spawns angeht. Meiner Meinung nach. Was wären eure Favoriten? Ich würde ganz klar also auf Aerodaktyl-Suche gehen. Bei allen anderen Shinies sind vorhanden. Bonbons sind eigentlich auch alle genügend vorhanden, glaube ich. Bei etlichen Aerodaktyl ist also für mich komplett das Highlight. Raidkämpfe. Raidkämpfe der Stufe 1. Kleinstein, Alola Kleinstein, Mogelbaum, Kiesling. Wer noch kein Shiny Kiesling hat, würde vielleicht ein paar Kiesling-Raids machen. Ansonsten ist das Pokémon, glaube ich, nicht so krass und nicht so gut zu gebrauchen. Mogelbaum, eigentlich auch nicht. Die Kleinsteins, lass mal weg. Die haben alle ihren Siedei gehabt sozusagen. Raidkämpfe der Stufe 3. Rizaros, Potrot, Despoda, Stolos. Unter anderen Umständen wäre es also cool, wenn man Despoda-Raids gemacht hätte für Zuschauer. Aber behalte dem Hinterkopf, es kommt ja irgendwann auch Mega-Despoda. Und Mega-Despoda ist nicht nur viel cooler und stärker. Ihr kriegt nach einem Mega-Despoda-Raid ja auch zwar nur ein Despoda hingestellt, aber kriegt ja gleich Mega-Energie da dafür. Und könnt auch ein Shiny aus einem Mega-Despoda-Raid ziehen. Beim Stufe 3 Despoda-Raid kriegt ihr kein Shiny. Das geht nicht. Ihr kriegt auch keine Mega-Energie. Ihr könnt euch ein Hunderter sichern vielleicht. Ihr könnt Bonbons sammeln. Aber ich würde immer noch sagen, Mega-Despoda-Raids sind sinnvoller als Despoda-Raids. Und Mega-Despoda wird kommen. Hauptaugenmerk liegt also sicherlich weiterhin dann auf Groudon. Groudon, legendäres Stufe 5er-Raid, auch als Shiny verfügbar. Despoda eben nicht. Ich weiß also, ich werde Groudon-Raids machen. Wenn ich Raids mache, was werdet ihr raiden? Kiesling, Despoda, Groudon oder was ganz anderes? In den Mega-Raids dann eben Mega-Aerodaktyl. Shiny brauche ich aber nicht. Mega-Energie brauche ich nicht. Ich brauche XL. Und die werde ich sicherlich über die Wilden versuchen, anstatt das. Eier! Jetzt, das hat mich besonders fasziniert. Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 7 Kilometer-Eiern. Potrott, Schneckmack, Kognodon, Schilderus. Alle als Shiny. Gibt es aber die meisten auch wild. Und jetzt steht hier dabei, Galapathloss, was mega selten ist, mit einem Shiny-Symbol dran. Das heißt, Galapathloss gäbe es neu als Shiny. Flapterix, was auch mega selten ist, auch mit einem Shiny-Symbol dran. Und dann eben die zwei neuen Pokémon, Amarino und Balgoras. Amarino und Balgoras. Das heißt, es ist das erste Mal seit Langem, dass ich sage, es würde sich wirklich lohnen, 7 Kilometer-Eier zu brüten, wenn ich diese Eier mir angucke. Zwei komplett neue Pokémon. Zwei Pokémon, die ultra selten sind, wovon man noch XL-Bonbons, normale Bonbons und jetzt auch die Shiny-Version bekommen kann. Ich glaube, das sind die besten 7 Kilometer-Eier, die ich seit Langem gesehen habe. Pokémon bei Feldforschungen. Amonitas, Kabuto, Aerodactyl, Lilieb, Anorid, Cognodon, Schilderus. Alles ganz nett, aber auch hier Galapathloss, Flapterix, die beiden seltenen, als Shiny jetzt, und Balgoras am Amarino. Mit etwas Glück begegnet ihr auch folgenden Pokémon. Galapathloss, Flapterix. Was ist das jetzt für ein Sinn, wenn die hier oben stehen, mit etwas Glück begegnet ihr denen hier unten nochmal. Das ist gar nicht so groß angekündigt oben, dass Galapathloss und Flapterix als Shinies eingeführt werden. Das muss doch hervorgehoben werden. Event-Boni, doppelte EP für das Drehen von Pogestops und natürlich fünffache EP für das allererste Drehen eines Pogestops. War ja schon immer so, wenn man die Gegend erkundet und neue Pogestops dreht, dass, da war mal zehnfache EP, sonst wie, da haben die Leute innerhalb von zwei oder drei Tagen einen Account, einen komplett neuen Account auf Löffel 40 gezogen. Nur durch das Drehen von Fotoscheiben, von Pogestops. Das ist also mega brutal. Aber für mich, ganz klar, hier im Vordergrund, eigentlich die Eier, die sieben Kilometer Eier. Raids, Groudon, mache ich sowieso. So, Aerodactyl, Wild, alles klar, aber die sieben Kilometer Eier auf der Suche nach Shiny Galapathloss, Shiny Flapterix, dann Balgoraz und Amarino. Da muss ich gucken, dass ich ein paar Eier brüden kann und das irgendwie so time, dass das... Schauen wir uns an, schauen wir uns an. Das erste Mal, dass ich Event-Eier brüde anstatt 12 Kilometer Eier. Was sind eure Favoriten? Schreibt es mal rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses. Und das sieht auf jeden Fall richtig fett aus, richtig krasses Event. Ich freue mich derbe drauf. Ciao. Uh-oh.